Hallo zusammen, hier ist wieder Heutchener und heute bin ich wieder für euch in Battle for S unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute den Gearing Guide 2.0 für BFA präsentieren. Und zwar hatte ich am Anfang vom Anon schon einen Gearing Guide gemacht, jetzt sind aber sehr sehr viele neue Sachen dazugekommen, wie zum Beispiel die Raidöffnung, Mythic Plus gibt es, die Weekly Chests, Worldbosse, PvP Belohnungen, PvP Chests gibt es, es gibt erhöhte Belohnungen für Crafting-Berufe, Worldbosse und vieles vieles mehr, unter anderem Bonus-Joyce und solche Geschichten und dass ich da euch nochmal eine neue Übersicht bieten kann, beziehungsweise dann auch ein paar Tipps geben kann, wo ihr am besten euer Gear herholt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit den elementaren Sachen an, die handle ich jetzt ein bisschen schneller ab, die hatte ich ja im ersten Video schon einmal aufgezeigt, ich werde euch das nochmal verlinken, aber dennoch für die Leute, die sich vielleicht nicht noch ein anderes angucken wollen, hier nochmal fix aufgedröselt. Als allererstes, wenn ihr euren Char auf die maximale Stufe spielt, seid ihr verleitet, Worldquests zu machen. Ich kann das jetzt hier mal kurz zeigen, ich habe hier auf Kulturas mit meinem Horden-Char noch nicht sonderlich viele Worldquests gemacht. Ihr seht, dass es hier Worldquests mit verschiedenen Item-Level gibt, hier habe ich zum Beispiel eins, was 320 AG bringt, beziehungsweise hier eine Dunl-Quest mit sogar 340 bei mir. Wenn ich jetzt mal noch auf dem anderen Char rüber switche, auf meinem Allianz-Char, der hat glaube ich noch ein bisschen mehr Worldquests, auch zum Beispiel auf Zandala offen, seht ihr, hat er 325er Gear. Das liegt daran, dass die Worldquests mit dem Gear hochscalen. Heißt, wenn ihr auf die maximale Stufe hittet, kann ja sein, dass jetzt einer erst ein bisschen später angefangen hat oder noch einen Twink spielt, solltet ihr nicht sofort die Worldquests machen, denn diese skalieren mit eurem Item-Level-Durchschnitt hoch. Heißt, umso höher ein Item-Level-Durchschnitt ihr habt, ich habe jetzt mit dem 348, das ist mein Allianz-Char, und mit dem Horden-Char 363, umso höhere Items bekommt ihr dementsprechend aus den Worldquests raus. Heißt für euch, ihr solltet erstmal, bevor ihr die Worldquests alle durchballert, schauen, dass ihr euer Item-Level durch andere Quellen ein wenig steigert, um dann die Worldquests zu machen, kurz bevor sie auslaufen, um die maximale Belohnung zu kriegen. So, die Regel ist etwa, dass das maximale Gear, wenn ihr so 320, 325 seid mit dem Durchschnitt, dass die Items, die ihr durch die Worldquests bekommt, alle zwischen 320 und 330 seid und die Dungeon-Quests dementsprechend auf 340. Es ist auch so, dass die Emissary-Chest, also sprich diese Kiste, die ihr unten bekommt, die ich jetzt aber schon alle gemacht habe, weil ich den Ruf brauche, hier auch mit Hostgeld auch bis auf 340. Das ist soweit zu den Worldquests. Ihr solltet als allererstes schauen, dass ihr Normal-Indies lauft, wenn ihr vielleicht nicht ganz so stark seid. Diese sind vom Grundscaling her, wenn wir jetzt mal reingucken. Eine Normal-Indie könnt ihr eigentlich mit jedem Gear gehen, sind 310. Dann die nächsthöhere sind heroische Dungeons. Diese heroischen Dungeons könnt ihr in der Queue anmelden, also sprich hier im Tool, sobald ihr Item-Level 305 seid. Ihr könnt aber manuell reingehen, euch eine Gruppe erstellen, manuell reinlaufen, könnt da teilweise auch mit 380 schon reingehen. Das sollte nicht das Problem sein, wenn ihr gut genug Spiele habt oder andere, die ein bisschen höher equipped seid. Dann die nächste Stufe ist hier der Mythic Plus Null Content oder Mythic Normal. Da droppt 340er-Item-Stufe. Hier müsst ihr eine Gruppe erstellen und müsst quasi manuell die Instanz betreten, ohne dass ihr das Tool nutzt. Ich kann für mich sagen, ich habe Mythic Plus Null Instanzen unter 300 I-Level gemacht mit meinem Horden-Char. Das ist den ich jetzt hier habe. Muss dazu sagen, es waren andere Leute dabei, die mehr Gear hatten. Und habe quasi auf 120 geertet, bin 1, 2 HCs gegangen und dann sofort die mythische Schwierigkeitsstufe um Gear zu kriegen und danach die World Quest gemacht und habe dadurch wesentlich höheres Ultimate-Level rausgekriegt. Das geht aber nur, wenn ihr vielleicht spielerisch ein bisschen auf einem höheren Niveau seid, beziehungsweise Leute habt, die euch ja in Anführungszeichen schon auch ein bisschen durchkellen, muss es natürlich so sagen. So könnt ihr das Maximale rausholen. Das war aber auch schon Teil von dem ersten Video, das ich gebracht habe. Und das ist jetzt so das Grundlegende. Zusätzlich ist es so, dass ihr natürlich Ruffraktionen habt. Hier haben wir beim normalen Ruf schon ein Item, das ihr kriegt mit Itemstufe 320. Das ist ein Umhang bei den Ruffraktionen. Und sobald ihr respektvoll seid, könnt ihr 3,35 glaube ich schon holen und auf ehrfürchtig 3,55. Also sprich, ihr könnt da relativ hohes Item-Level rausholen. War jetzt für meinen Horden-Char nicht so interessant. Für meinen Ali-Char, mit dem ich jetzt nicht großartig raide, habe ich mir glaube ich irgendein Item gekauft. Oder nee, es war 3,50 was du da kaufen konntest, nicht 3,55 hier. Das hatte ich mir gekauft von der siebten Legion. Da muss ich mich entschuldigen, 3,50 ist es natürlich. Und da lohnt es sich schon, wenn man vielleicht den Ruf schneller hochkriegt, als man dementsprechend über andere Quellen gieren kann. So, dann würde ich jetzt mal sagen, sind wir mit dem alten Thema einigermaßen zügig abgeschlossen. Wenn ihr das ausführlich haben wollt, wie gesagt, empfehle ich euch das andere Video, das ich euch verlinke. Kommen wir zu den neuen Quellen. Als allererstes haben wir als neue Quelle den LFR. Im LFR bekommt ihr genauso wie Mythic Plus Null einen Item-Level von 3,40. Und wenn wir da mal reingucken, seht ihr, hier haben wir alles 3,40. Kann natürlich wie sämtlicher Loot hochrollen, außer natürlich das Azuride-Gear. Das ist auf das jeweilige Item-Level gelockt. Das kann leider nicht hochrollen, aber ihr könnt ja dann immer in eine höhere Schwierigkeitsstufe gehen und euch das holen. Zusätzlich haben wir dann den Normal-Raid. Da droppt dann 3,55. Dann haben wir den Heroischen-Raid. Da droppt dann 3,70 und im Mythischen droppt schon 3,85. Das ist auch das Maximal-Item-Level, was zumindest droppen kann. Ihr könnt aber auch dieses Zeug hochgerollt bekommen. Es geht meines Wissens nach sogar bis 400er Item-Level hoch. Wenn wir jetzt mal gucken, ich habe jetzt aus dem Mythic-Modus zum Schlauch schon hier ein Item, beziehungsweise auch 3,85 einmal aus der Weekly-Chest, zu der wir jetzt dann auch gleich noch kommen werden. Die nächste Sache sind nämlich Mythische-Plus-Dungeons. Das funktioniert genauso wie in Legion auch. Man kriegt einen Key, indem man eine Mythic-Plus-Null, also eine Mythische-Normal-Instanz, quasi einmal abschließt, bekommt dann einen Schlüssel und mit diesem Schlüssel, ihr kriegt dann erstmal einen Zweierschlüssel, könnt ihr dann dementsprechend am Anfang der Instanz in so einen kleinen Poller reinpacken, genauso wie in Legion auch, und lauft dann einfach die Instanz. Wenn ihr sie in Time schafft, bekommt ihr quasi dann einen höheren Schlüssel für eine Random-Dungeon. Wenn ihr plus 2 oder plus 3 schafft, also sprich in der Zeit, die ihr an der Seite seht, kriegt ihr sogar noch einen höheren. Das Maximale, was ihr gehen solltet die Woche, wenn ihr es natürlich schafft, ist ein 10er-Key. Wenn ihr diesen 10er-Key schafft, dann bekommt ihr relativ hohes Item-Level, was ich euch gleich nochmal eine Liste zeigen werde, aus der Weekly-Chest, also das ist ein Item, beziehungsweise später waren es sogar bis zu drei Items, die du bekommen konntest. Jetzt haben sie es anscheinend ein bisschen umgewandelt, man kriegt nur noch ein Item. Und ja, ich zeige euch dann mal einmal die Liste, die ich mir schon hergeholt habe. Und zwar müsste das diese hier sein. Ihr seht, hier haben wir die Mythic-Plus-Liste. Ihr habt ja vorhin gesehen, man bekommt aus Mythic-Plus 0 340er-Gear, und hier aus Mythic-Plus 2 345, aus dem 3 auch 345, pardon. Und hier geht das dann so hoch bis 370, was man quasi in der Endkiste der Instanz bekommen kann, wenn man Glück hat. Und das hier ist dann die Weekly-Chest, die sogenannte Weekly-Chest, also sprich, das, was ihr einmal am Ende der Woche, beziehungsweise mit Start der neuen Woche, dann in der Kiste kriegt, was ihr die Vorwoche erwirtschaftet habt. Und hier geht es mit 350 los bei einem 2er-Key, und 380 kriegt ihr dementsprechend dann bei dem höchsten Key. Das kann natürlich auch nochmal hochrollen, und Azurite-Armor ist das höchste, halt 385, und die sind ja immer starrer, also deswegen sind hier die Gebilde ein bisschen starrer. Es gibt ja nur immer 15er-Schritte bei dem Azurite-Gear. Ich kann euch das jetzt einmal nochmal zeigen. Ich hatte das ja eben schon mal, ich habe hier ein Trinket bekommen. Meins ist sogar um 5 Item-Level hochgerollt. Das ist ja kein Azurite-Gear, deswegen ist 380, wäre hier das Standardmäßige, und meins ist auf 385 hochgerollt. 5 Item-Level ist jetzt nicht super toll, aber ich freue mich dennoch, dass ich 5 Item-Level abgerollt bin bei dem Item. Genau, soviel zu Mythic+. Ich kann euch die Links nochmal verlinken, das ist alles von WoW-Head, die haben da ganz schöne Aufstellungen, das ist, denke ich mal, recht praktisch für den einen oder anderen. Das nächste, was wir bequatschen wollen, ist das PvP-System. Hier ist es jetzt ähnlich wie Mythic+. Wir haben erstmal ein Item, was wir uns so erspielen können, und zwar hier durch Eroberungspunkte, und diese Eroberungspunkte, die bekommen wir über verschiedene PvP-Aktivitäten. Ihr seht zum Beispiel, wenn wir jetzt hier eine normale Schlachtfeld spielen, dann kriegen wir Ehre, die kennen wir ja vorher auch schon, das ist hier für dieses Ehrensystem relevant, das aber keine Belohnungen an sich bringt, außer kosmetische Effekte, wie Mauns, Pads, Toys und solche Geschichten, aber ihr bekommt jetzt zusätzlich auch noch Eroberungspunkte, und ja, hier seht ihr, von diesen großen BGs, epische Schlachtfelder kriegt es dann 65, hier die Siegesbelohnung von Geplänkel ist dann 15, und dementsprechend, ich glaube, bei Gewerteten kriegt man sogar ein bisschen mehr, 35, 50, seht ihr hier, und da gibt es sogar 100 im RBG, also RBG scheint recht lohnenswert zu sein, und zusätzlich ist es so, dass man auch durch PvP-Inseleroberungen 10 Punkte bekommt, ich sage mal so, eine Inseleroberung dauert trotzdem 20 Minuten, und 10 Punkte sind ja nicht so viel, ich würde euch nicht raten, PvP-Inseleroberungen für die Eroberungspunkte zu spielen, aber ich wollte es erwähnt haben, genau, und wenn man 500 hier zusammengefarmt hat, dann kriegt man ein Item, soweit ich weiß, ist das Item aber auch ein wenig ratingabhängig, heißt, man kriegt ein höheres Item-Level, wenn man ein höheres Rating hat, zudem ist es auch so, dass es eine Weekly Chest gibt, und zwar ist diese Weekly Chest dann wieder vom Rating abhängig, wie im Mythic Plus quasi von der Schwierigkeitsstufe, beziehungsweise von der Keyhöhe, ist es hier einmal vom Rating abhängig, ich hoffe, ihr seht das jetzt gleich gut genug, genau, also hier unranked, also sprich von 0 bis 1300, also quasi 1400 Rating gibt es aus der wöchentlichen Chess 355, dann Kämpfer 14 bis 1600, sind es 365, Herausforderer 1600 bis 1800, 370, Rivale 1800 bis 1100, 375, Duellant 1100 bis 1400, 380, und ab 2,4 gibt es gerade quasi 385, quasi hier auf dem Gladiatorstand. Gut, ich sage mal so, es würde sich lohnen, beides zu machen, sowohl PvP als auch PvE, es ist halt auch eine Zeitfrage und auch eine Skillfrage, ob man dementsprechend so hochkommt. Ich kann vielleicht nochmal kurz auf der Map von der Allianz und der Horde zeigen, wo die jeweiligen Chests sind, und zwar bei der Allianz ist die Mythic Plus Kiste einmal hier unten in dem Geude drin, und bei der Horde ist, wenn ich es hier einmal zeigen darf, da stehe ich ja gleich davor, können wir einmal rüberlaufen, ist die Mythic Plus Chests hier drin, ich zeige dann auch natürlich gleich nochmal die PvP Chests, und zwar hier Mythic Plus Chests, ich hatte das aber auch schon in dem Video gezeigt, werde ich euch dementsprechend auch gerne verlinken. Dann die PvP Kiste ist bei der Horde, hier bei der Duellanten Gilde, ich schaue mal, ob ich es euch zeigen kann, und zwar ist das hier unten Kommandozentrale PvP, hier unten ist es bei der Horde, und bei der Allianz ist es hier im Aschenwind Docks, hier unten in dem Gebäude, es ist auch quasi diese Duellanten Gilde, und da befindet sich die PvP Kiste. PvP habe ich in der ersten quasi, in der ersten PvP Woche nicht gespielt, einfach aus Zeitgründen, es wäre natürlich sinnig gewesen, das aufzumachen, da die Kiste mitzunehmen, aber ihr wisst, ich mache relativ viele Chiefwind-Zeugel und Sachen, und da ist dann leider nicht für alles die Zeit. Genau. So viel jetzt dazu, dann würde ich sagen, kommen wir als nächstes zu den World-Bossen, und zwar ist es so, dass ihr jetzt jede Woche einen World-Boss habt, das haben wir hier mal einmal auf Azeroth, und zwar haben wir immer einen World-Boss ab, der uns hier 3,55er Gear droppt, ihr seht es, hier ist es 3,55er natürlich plus Roll, außer natürlich das Azeroth Gear, das ist wieder Baseline und kann nicht hochrollen. Davon könnt ihr einen umboxen, und zusätzlich gibt es dann noch einen zusätzlichen World-Boss, und zwar droppt der 3,70, der ist auf der Warfront, und zwar können wir da einmal nach Rati gucken, und zwar ist der einmal hier, und dort fangen wir jetzt mal ein bisschen mit der Warfront an, wie die funktioniert, es ist immer so, dass eine Fraktion die Warfront hat, und die andere Fraktion hat die Warfront nicht, und greift quasi an. Im Moment, in der ersten Woche, ist es so, dass die Allianz die Warfront hat, kann dementsprechend hier hin, und ich glaube sechs Quests erledigen, die es hier gibt, und da muss man einfach ein paar NPCs hier umhauen. Es ist nichts Spektoriales, 20 NPCs an jeder möglichen Stelle muss man umhauen, kriegt ein paar Ressourcen und Säugel, uns interessiert nur das Gear, ihr kriegt dafür ein Item 3,70, wenn ihr die Warfront habt, und ihr könnt noch einen Rare, noch diesen World Boss, der hier ist, dieser Panzer, der droppt auch 3,70 Baseline, ihr könnt natürlich auch Bonus drohen, zu den Bonus drohen, das kommen wir gleich nochmal, und ja, habt 3,70er Baseline Item, vielleicht interessant ist das, weil hier auch zwei Azerid Items drin sind, die dann Baseline 3,70 sind, vielleicht sind es für den einen oder anderen gute Trades, das muss jeder selber gucken, bei seiner Klasse, und das ist schon relativ praktisch. Zusätzlich, zu diesen beiden Sachen, wenn ihr die Warfront habt, könnt ihr auch noch die Rare Star umklatschen, die können, neben vielen Mounds, Pets, Toys und Konsorten, da werde ich nochmal eigene Videos machen, können die 3,40er Item Level droppen, das kann hochrollen, ich glaube, warte mal, ich muss jetzt mal schnell schauen, ich glaube, das war auf dem Hordenschar, ich muss immer gucken, nee, das ist es nicht, das ist Midiq plus 9, aber ich habe es mir, glaube ich, aufgehoben, ich glaube, das hier ist mir aus einem NPC gedroppt, und auf 3,60er hochgerollt, einfach, das ist eine praktische Angelegenheit, also das kann sich lohnen, ähm, nee, das Item ist aus der Warfront an sich, aber ich habe auch ein 3,60er gehabt, das hochgerollt ist von dem NPC, auch Handschuhe, genau, also sprich, die Rares alle einmal umzuklopfen, es sind, ich würde sagen, 20 Rares sind es in etwa, die ihr umklopfen könnt, und ja, es kann da 3,40er Item, ich habe sehr, sehr viele Teile gekriegt, und einige sind auch hochgerollt, also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr das Gear noch braucht, die alle umzuholen, die sind aber, äh, nicht daily, diese Rares, die ihr umklopft, sondern, die sind sogar nicht mal weekly, die sind so lang, ähm, gelockt für euch, wie lang die Warfront läuft, es ist so gelaufen, dass die Warfront quasi begonnen hat, die Horde musste erstmal Ressourcen sammeln, heißt, äh, 2, 3 Tage Ressourcen abgeben, dann konnte sie angreifen, und dann sind es, glaube ich, 7 Tage, die sie die Warfront angreift, und das, ähm, ja, quasi, deckt sich nicht mit der WoW-Woche, und es ist jetzt so, dass wir die erste Woche die Rares umgeklopft haben, sie waren alle auf Rare, also haben diesen silbernen Dings rum, man kriegt Loot, und am nächsten Tag waren sie, und sobald man sie einmal umgeklopft hat, sind sie quasi auf Elite, und man kriegt quasi kein extra Loot mehr, und das war sogar über den Wochen, ähm, Switch hin so, dass man keinen Loot mehr gekriegt hat, erst wenn die Warfront endet, und die andere Fraktion die Warfront hat, heißt, es kann sogar sein, dass es über eine Woche dauert, dass man diese Rares nochmal umklopfen kann, und ja, diese kann nicht nur die Fraktion umklopfen, die die Warfront hat, sondern auch die andere Fraktion, die Allianz hat im Moment, weil sie die Warfront hat, ein Portal hin, kann diese umboxen, mit meinen beiden Hornschars, habe ich die auch umgeboxt, diese Rares, man hat kein Portal, man muss einfach selber hinfliegen, ich habe einfach mit dem Hordenchar, quasi ein Portal nach Under City genommen, und ja, da kann man immer noch hin, obwohl es zerstört ist, und bin einfach runtergeflogen, und habe die Rares umgeboxt, das geht, das wissen viele nicht, macht das, sobald ihr die Horde hat, müsst ihr halt als Allianzler, vielleicht nach EF, oder Dalaran Krater, stimmt Dalaran Krater wäre näher gewesen, fuck, jetzt fällt mir das gerade auf, und fliegt hier hin, und könnt die Rares trotzdem umboxen, also, wer die Warfront hat, ist nicht der Alleinige, der die Rares umboxen kann, ihr habt bloß den World Boss nicht, weil der mit euch verbündet ist, wenn ihr die Warfront nicht habt, so, jetzt schauen wir die andere Warte an, und zwar, ihr seid die Fraktion, die die Warfront angreift, heißt, ihr könnt euch bei eurem Tisch, bei der Horde ist der Tisch, einmal hier unten anmelden, und bei der Allianz, switch ich mal, ist der Tisch einmal hier unten, wir können bei der Allianz einfach mal schnell hingehen, würde ich mal sagen, naja, okay, das war jetzt nicht so clever, hier übers Wasser zu gehen, wobei, wir haben hier eine Leiter, dann kann ich euch den einfach mal zeigen, dann kann ich euch den einfach mal zeigen, und zwar, also da ist das Portal, Horde hat wie gesagt keines, Wernse, und hier, die Allianz hat jetzt die Warfront noch eine Stunde, und vier, einen Tag und 24 Stunden, also zwei Tage, und wir sind jetzt heute auf einem Freitag, wo ich das aufnehme, heißt, ja, am Sonntag hört es auf, und dann switcht das, und dann müssten auch wieder die Rare Mobs, ja, tagbar sein, also das deckt sich wie gesagt nicht mit der WoW-ID-Woche, wie diese Rare Mobs tagbar sind, weil es einfach mit der Warfront zusammenhängt, genau, dann kommen wir jetzt zu dem Teil, wenn ihr euch anmelden könnt, im Moment wie gesagt die Horde, ihr bekommt einmal eine Quest, als ihr die Warfront abschließen müsst, und davon gibt es auch 370er Gear, heißt, die Fraktion, die die Warfront hat, kriegt das 370er Gear für eine normale Quest, Mobs umhauen, und die Fraktion, die die Warfront angreift, kriegt quasi ihr 370er Gear davon, dass sie quasi die Warfront einmal gewinnt, das ist eine relativ schicke Sache, Warfront dauert etwa 20 Minuten, ja, das ist jetzt nicht sonderlich lang, mittlerweile braucht man aber 320er Gear, um zu queuen, ganz am Anfang war es so, dass man dieses 320er Gear nicht braucht, und mit jedem Item Level reingekommen ist, das hat Blizzard jetzt erst vor 2 Tagen geändert, also da müsst ihr gucken, mit dem Lowest and Shark kommt ihr nicht mehr rein. Wenn ihr die Warfront abschließt, dann bekommt ihr durch den Abschluss von der Warfront jedes Mal ein 340er Item, das kann aber auch hochrollen, sogar auf, ja, quasi unendlich, bis auf Max-Item-Level kann das quasi hochrollen, ich hatte bis jetzt nur ein 360er bekommen, und ich glaube, ich bin etwa 50 Warfronts gelaufen, es macht wegen Gear sammeln, wenn ihr jetzt schon wie mein Hornschau höheres Gear habt, nicht Sinn, das so oft zu laufen, ich habe das wegen dem Achievement gemacht, und ich rate auch keinem, die Warfront durchzuspammen, das rentiert sich nicht unbedingt aus, außer ihr seid, jetzt nicht böse gemeint, aber ihr seid zu schlecht, um Mythic Plus zu laufen, dann macht das vielleicht Sinn, aber sonst macht das keinen Sinn, ja, ich habe das nur wegen Achievement-technischen Gründen gemacht, und ich habe nur ein einziges Item gekriegt, was ich brauchen konnte, alles andere war nur 340 und ist nicht hochgerollt, also es hat jetzt auch keine krasse Chancen, wie gesagt, das dauert immer 20 Minuten. Soviel zu Warfront, heißt, es ist für euch eigentlich tendenziell besser, wenn ihr die Warfront habt, denn ihr könnt durch die Quest des 370er-Items, und durch den World Boss des 370er-Items kriegen, wenn ihr die Warfront angreift, kriegt ihr halt nur ein 370er-Item, fürs einmalige Gewinn, und ja, ihr könnt halt dann unendlich 340er-Farmen, die hochrollen können, und die Rise können immer beide machen. So, jetzt hat man uns da ein bisschen lang aufgehalten, jetzt kommen wir zu Bonus-Rolls, ihr könnt euch in der Woche 2 Bonus-Rolls kaufen, und zwar hatte ich auch schon ein Video gemacht, ich werde es jetzt aber nochmal zeigen, beziehungsweise das Video nochmal verlinken, bei der Horde ist der Händler hier unten, einmal, und bei der Allianz, switchen wir mal auf den Char, ist der Händler hier oben in dem Gebäude, oder was, ne, ich glaube in dem Gebäude ist er, und zwar könnt ihr 2 Bonus-Rolls euch holen, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich hab, hier, genau, diese Siegel sind das, ihr könnt 2 holen, maximal sind es 5, und die könnt ihr euch überall einsetzen, wo ihr wollt, im Raid, im Mythic Plus, ihr könnt die im Bonus-Roll auch einsetzen, bei den World-Bossen, ne, müsst ihr halt gucken, ich sollte das vielleicht da einsetzen, wo ihr das höchste G rauskriegt, ich hab meinen jetzt beim Horden-Char, zweimal im Raid eingesetzt, einmal bei einem Mythic Boss, weil man da halt das höchste G kriegt, ne, hier sowas, 3,85, und dann einmal beim Boss, der mir eine Waffe gedroppt hat, also da müsst ihr halt einfach ein bisschen gucken, wenn ihr nicht raidet, macht es wahrscheinlich Sinn, den Bonus-Roll im Mythic Plus einzusetzen, beziehungsweise bei einem World-Boss, und zwar würde ich den bei dem PvP-World-Boss einsetzen, der 3,70er Item-Level droppt, das macht wahrscheinlich am meisten Sinn, einfach von der Höhe des Gears her, ähm, genau, PvP-Belohnung hatte ich ja gezeigt, dann, ähm, kommen wir noch zu Crafting Gear, was vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte, viele wissen vielleicht jetzt nicht, dass man das Crafting Gear auch höher kriegt, man konnte ja bis hier 3,40er Items, beziehungsweise, ich glaube, 3,55er craften, und wenn wir jetzt hier mal reingucken, haben wir hier die 3,55er, die wir einfach vom Händler kriegen, und ich habe jetzt hier ein 3,70er Item. Viele wissen nicht ganz, wie das funktioniert, und zwar, ihr habt hier das 3,55er, das ihr vom Händler kriegt, und wenn ihr das herstellt, ihr stellt das einmal her, das kostet ein bisschen Expulsum und Hydro-Kern, und ein paar normale Mats, das ist eigentlich bei allen Berufen so. Das Expulsum kriegt ihr, wenn ihr beim Scrabber, ähm, quasi BFA-Items scrappt, das ist bei der Horde da hinten, ich denke mal, ich muss ihn nicht zeigen, aber ich mache es jetzt ja vollständiger halbweise, hier ist der Scrabber bei der Allianz, und bei der Horde haben wir den Scrabber einmal ganz nach unten gehen, hier drin ist er etwa, wenn ihr da Items klein macht, kriegt ihr quasi, ähm, dieses Expulsum, oder vielleicht nennt sich das auch anders, ich sage es immer falsch, aber ihr wisst, was ich meine, ja, und das zweite, was ihr noch braucht, ist der Hydro-Kern, und ein Hydro-Kern bekommt ihr immer einen, wenn ihr ein mythisches Stunzen abschließt, ich meine, bei Mythic Plus hat man auch einen bekommen, ja, dann könnt ihr dieses 3,55er Item herstellen, und wenn ihr ein 3,55er nicht braucht, dann disstet das sofort, wichtig ist nämlich, dass ihr, wenn ihr das herstellt, ähm, ein Rezept kriegt für das Höhere, also, ich habe quasi diese Schuhe einmal hergestellt, und habe dann ein Rezept gekriegt für diese Schuhe, die, 3,70er, und hier braucht ihr wieder Expulsum, und jetzt 40, nicht mehr 25, und Blutzellen, und die Blutzellen, die bekommt ihr von einem Raid-Boss, ich meine, also im Normal und im HC kann ich sicher sagen, im HC gab es, glaube ich, mehr als im Normal, und im Mythic-Modus habe ich jetzt nicht aufgepasst, ob es mehr gab, auf jeden Fall kriegt man die von allen Schwierigkeitsstufen, im LFR weiß ich nicht, ob es man sie kriegt, weil ich war noch nicht im LFR, für mich lohnt sich kein LFR im Moment, von meinem Raid-Char, vom Gear her, und mit denen kann man dann das 3,70er-Item herstellen, und wenn man das herstellt, dann kriegt man quasi das nächste Ding, und zwar ist das 3,85er, also sprich, kriegt man jedes Mal ein höheres Rezept. Ich kann euch jetzt nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, ob ihr es nur einmal herstellen müsst, und es ein 100%-Proc ist, dass ihr das bessere Rezept kriegt. Liegt einfach daran, weil ich mit meinem Raid-Char, wo ich viel Blutzellen habe, Inji bin, und der sowas nicht hat, nur quasi Lederer hat das, ich glaube Schmied und Dings, müsst ihr das auch haben, einmal der Stoffwaren herstellen, Schneider, und dass ihr es noch draufkommt, und dann kriegt ihr quasi sogar das 3,85er-Gier. Das könnt ihr aber nicht handeln, das ist beim Aufheben gebunden, das müsst ihr quasi, oder könnt ihr nur für euch selber herstellen. Das ist ein bisschen blöd gehandhabt, und hier für das Höchste, für das 3,85er, braucht ihr sogar 250 Blutzellen, das ist ganz schön viel. Wenn ich jetzt mal kurz auf meinem Horden-Char gucke, mit dem ich, wie gesagt, geradet habe, können wir mal schauen, wie viel der insgesamt hat. Der hat einmal insgesamt in der Summe 175, ist jetzt schon einiges, aber ich müsste sehen, ich habe jetzt Normal zweimal durch, HC zweimal durch, und Mythic-Boss, also, ja, habe doch schon einige Bosse gekillt in dem Raid, und kann mir, oder könnte mir immer noch kein Item herstellen, also da braucht man schon relativ viele Mud's, und vor allem auch dieses Expulsion, und wie gesagt, was ihr nicht gerade hinterhergeschmissen bekommt, ich weiß es, weil ich jetzt meinen Beruf hier auf maximal, auf Inji maximal gelevelt habe, und das, da habe ich mir schon sehr, sehr viele Items zum Scrabben gekauft, ist nicht ganz günstig. Ja, so viel dazu, ich hoffe, ich habe jetzt alles genannt, was ich auf dem Zettel hatte, ist jetzt doch wieder ein bisschen länger geworden, das Video, ich hoffe, es sind alle Punkte mit drin, wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt das gerne mit unten in die Kommentare, schreibt das gerne rein, teilt das mit der Community, wo ihr vielleicht nochmal irgendwelche Wege, gesehen habt, an Gear zu kommen, das müsste es im Großen und Ganzen gewesen sein, mich freut es, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, und ja, wie gesagt, gerne anregen, Kommentare dazu, wenn euch das Ganze geholfen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren, euch da, bis zum nächsten Mal, tschau! Ich glaube, wir sehen uns beim nächsten Mal.